Hey Leute, bevor das Video beginnt, möchte ich mich entschuldigen, das Video ging eigentlich länger, aber, und das ist die Problematik, ich habe zwar mit Outer City nebenbei den Sound aufgenommen von meinem Mikrofon, man hat auch Sleakser gehört, der ist mit dem Video, aber irgendwann, also anfangs ging es doch, aber irgendwann war dann der Ton so viel nach dem Video, habe ich mir gedacht, ok, schneide ich eben den ersten Teil raus, wo wir eh nur losen, da war dann den zweiten Teil rein, der ist jetzt synchron, ich würde den Sound ein bisschen leiser machen, weil teilweise übersteuere ich doch ziemlich vor allem, wenn ich mich aufrege oder so, ich versuche es ein bisschen runter zu hauen, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie gut es mir gelingen wird, naja, und jetzt viel Spaß mit dem Video, und es tut mir leid, sagt mir, wie gut es bei euch ankommt, und ciao! So, da bin ich wieder, äh, hab jetzt mal mein Sound geändert, zähle ich wenigstens was hier, so, da hat man, hier, seit ich mein Glas aufbaut, ich liess es mit sich auf, der da, ich weiß nicht, nimmt es schon auf? Äh, nee, wenn wir in der Runde sind, okay, äh, bist du schon ein Wideter? Nee, ein Moment, jetzt bin ich auch ein Wideter. Da war Sex. So, da war Sex. Fangen wir, wenn wir noch ein, gehst. Tolle Werbung. Na komm. Okay, ich geh rein. So, ich denk, noch eine Runde, was schadet nicht, einer noch mal. Aber wir sind mal wieder Magenta 1. Wir sind die Telekom. 1&1 ist blau. Wer ist denn bitte bei 1&1? Samy. Samy ist bei 1&1. Alles klar. Samy und Ward. Aber, was ist grün? Welcher Anbieter ist grün? Base, ne? It's all about the base, about the base. Äh, was ist gelb? Oh, weiß ich gerade gar nicht. Irgendeine Firma mit gelb? McDonalds. Ist keine Firma. Doch, für mich schon. DHL ist gelb. Ah, daneben. Was ist orange? Was? Äh. 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 Weiß ich nicht. Okay, dann, äh. Welche, äh. Okay, dann sind wir hier wieder in einer Runde. So. Äh. Was ist das denn hier? Ist das unser Bett? Oder was stellt das hier da? Hä, ich versteh die Map grad nicht. Sorry, aber. Da ist unser doch. Wo ist unser Bett? Hä? Haben wir gar kein Bett oder was? Digga. Doch, hier oben drauf wahrscheinlich. Hä? Ach, hier drinnen. Hier drinnen. Ah, okay. Hier, hier kommt man nicht so leicht ans Bett ran. Wie hihihi. Oh, ich hab mir gar nicht so ruhig. Ich hab mir gar nicht so ruhig. Ich hab mir gedacht, mal so mehr Snitch. Ah, ich hab mir gar nicht so ruhig. Ich hab mir gedacht, mal so mehr Snitch. Snitch. So mal gucken. Hier sind natürlich... Wie viel kostet ein Stock? Hier sind jetzt natürlich beschissene Wolken und die Bauern sich schon rüber zu ihrem Silber. Sollten wir vielleicht auch gleich mal machen. Ich hasse offene Maps, denn hier wird man oft einfach... Putsch. Also Pinesen. Alter, die Wolken. Ich schalte die mal aus. Äh... Äh... Ich weiß nicht, ob das auch Optik einlegt, aber bei mir sind die ziemlich... oben die Teil des aufnehmen Sonnenblatt auf ja mit meinen Abonnenten auch schon mal zehn Jahre draußen anderen der Dinger sich komischerweise ja ich hab's halt nicht über Kraft und Termine abholt wirklich über normalen Mannschaften das ist auch gar nicht gefährlich ich glaube ich brauche gleich mal mit hallo wir sind sicherer hier die ganze Scheiße bauen was ich mache okay das war jetzt vielleicht ganz dumm sogar den Leuten noch einen Weg nach drüben zu bauen egal dann wollen wir jetzt die Scheiße ja hier da ist er auch um jetzt noch durch noch ein gutes auch fünfzig Material noch zwei Leitern weil ich glaube ich was man gleich mal zu tun ab der Welt von zwei mit zwei Leitern jungen rot ist das glaube ich und leckten das ist rot welche Firma ist rot Prozent 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 damit wir auch nicht mehr in unser Bett und kommen Prozent 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 ich glaube das ist gut an Prozent 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 ich wollte eigentlich nur 10 Pocken schaffen, egal, egal, egal mit Minecraft wäre einfach gleich englisch ist doch gut aber wenn ich äh weiß nicht der hat jetzt einen Bogen ich weiß nicht ob ich mich jetzt zu dem rüber bauen soll das weiß ich jetzt nicht, Lord Mario ist Team Schwarz, das haben wir hier hinten, das ist Team Rot, so wie es aussieht ja warum sieht Magenta hier nicht so genau aus Magenta müsste ja heller sein er hat 50 komm komm komm, ich finde nur noch eins ja, hallo Leg, Leg, Leg danke so Bogen Power 1, so jetzt brauche ich wieder ein bisschen was die Leute wissen wie, Alter, die wissen wie 5 Bräu noch hier denn wir ja da hast du schon einen Pfeil habe ich, einen das ist so richtig krasser, Alter hier unten bin ich sicher hier unten bin ich stark ich wär dann hä? was ist? wenn nicht ich wär dann hä, ich hab gesagt hier unten bin ich sicher ja nein, ich mein versteh ich mich vorhin gesagt hat ja, lag mal weniger halt dein Maul halt du doch euer Maul halt du doch euer Maul ich soll euer Maul halten Loll heute hab ich keine Bogenskills heute hab ich echt keine Bogenskills das war jetzt sehr schlauz erst schießen und dann den Bogen äh wegzupacken ich kann versuchen mich da zu dem rüber zu bauen weiß nicht dann baut sich wahrscheinlich rot zu uns weiß ich nicht auf einfach die Balle haben sie ja keinen Grund für ich schalte ja nur Konkurrenz aus, oder? eben Jungs ich hab aber nicht ganz so krass viele Pfeile, ne? das auch nicht äh, lol so nicht, Alter, so nicht BÄM HACK äh Marvin? wir haben den nächsten Hacker was, was hat er von Hack? ja, oder, oder vielleicht hat er doch einen Gutschein gehabt, dass er gleich wieder spawnen wird mit ganzen ich weiß nicht Alter, kennt mich mal äh, ist das Typ war das jetzt Hack? weil er war tot und ist sofort wieder gesprungen mit seinem Material also mit seinen Waffen und dem ganzen Shit ähm hat er gehackt oder war das, äh weil er halt einen Gutschein hatte das wird mich jetzt äh eigentlich kann ich dir nicht verraten ja, aber mein Abos abonnent vielleicht kennen den selber hier vielleicht besser und haben das schon mal gemacht ich weiß es doch nicht weil ich weiß es nämlich wirklich nicht also der Name zerstört, Marvin? NEIN du bist runtergefallen ha 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 das ist jetzt ganz schlecht, wenn die jetzt hier rüber kommen die haben eh nix hey Digga, dumm sind die nicht, ne? ha 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 wichser ha ha so nicht, alter so nicht ach, das ist der Spawnpunkt von denen aber deswegen erklärt es nicht, warum der gleich Waffen hat 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 tut hat alter Junge äh beschießt du die mit dem Bogen oder wie? ja ich treff sogar ab und zu mal aber die bewegen sich ist ja klar irgendwo aber ich wieder zu den rüber möchtest du mal vielleicht lossprinten oder sonst, äh, war's das mit dir? Aja aber der kommt schwert 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 So einen Wichser weg er hat's weggebaut, so ein Wichser er will halt einfach er ist ganz einfach wieder hingebaut kein Team ist raus oh Junge, wenn es denn nicht so laggen würde, würde ich dann auch mal was treffen weil ab und zu, ne, das habt ihr jetzt vielleicht gesehen er baut den Weg echt komplett ab ich glaube komplett kommt er nicht rüber also er baut ihn halt so weit ab, wie er halt Möglichkeiten dazu hat Achtung, eine Bombe wurde gezündet, ne und? nicht bei uns würde ich mal meinen, oder? das hätte ich ja mitgekriegt, wenn er bei uns ne Bombe gelegt hätte ne willst du mich grad verarschen? ich treffe einfach nur seinen Kumpel, aber den Typen der rumspringt, den treffe ich nicht Jungs, schaut euch das an Jungs, schaut euch das an Bro zieht mich nicht Bro zieht mich nicht dann sag ich doch oh das ist halt wirklich der Nachteil an dem Server du kannst einfach in deiner Base rumchillen trotzdem Bogen bekommen ja das ist bei, ähm auf dem Gomez Server zum Beispiel anders aber das hier ist nicht Gold die Problematik auch nicht wirklich drei, äh, vier Gold holen, um dir den schlechtesten Bogen und ja und dann sieht man mal, wie der Teamfight eigentlich losgeht also beziehungsweise der Erzfight Alter Junge aber ich krieg ja noch nen Anfall, alter ein schwächer Anfall oder nen Wut weiß nicht, wenn wir jetzt zu Team 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 Grün gehen würden, ne? denkst du dann, dass Team Rot direkt zu uns rüber hin? naja, soviel die müssen ja erstmal die bauen sich jetzt hier ne Mauer das wär dafür werd ich ich werd sie jetzt dazu nötigen sich ne Mauer hier zu bauen dann können wir mal gucken äh 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 ich bin so dumm die Schisschatte zu nutzen ich steh einfach das ist äh Bo Spalmer, Bo Spalmer, Bo Spalmer, Bo Spalmer, Bo Spalmer ne eigentlich nicht ok, ich komm wieder zurück oh cool, Pfeiler ja leil thanks for the arrows thanks man thanks really 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 thank you thank you oh shit oh shit alter lol lol was hat der tief in den Bogen der hat mir jetzt mal also den besten Bogen oder so den hab ich doch ne, ich hab nicht den besten fühlt euch mal nicht zu sicher in eurer Penis Base dahinten, alter hier kann ich immer noch holen, so ist es nicht auch die 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 Lenta, Lila, Rot, Grün und Blau im Team... äh, im Spiel. Drei Teams sind raus. DHL ist raus, DHL ist raus. Ja, DHL ist raus. Also Nines ist noch dabei. Ja, ja. Ich hol mir jetzt noch einen goldenen Apfel auf jeden Fall und noch einen Camp. Helikon ist auch noch dabei, das sind ja wir. Ja, 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 ja. Da nochmal rot, rot haben wir immer noch nix. Das ist schwer, ich muss sagen. Alter, was macht denn ihr da mit eurer Penis? Pimmelpimmel, Pimmel, Schießscheiß. Ha! Nein! Alter. Alter, heute ist echt nicht mein Tag. Ja, der eine hat aber auch, glaube ich, Anti-Rückstoß-Hut. Ja, so ne 50... Ja, hab ich gelesen. 15%ige Chance, äh, nicht Rückschuss, also den Rückschuss nicht zu erleiden. Ich würde mir gerne Stärke dran kaufen, aber der kostet... Also, Moment, ich glaube, du musst mal... Ja, für deine Abonnenten ist zwar scheiße, aber bei mir hackst du immer total ab. Ja, das ist, weil ich gerade ziemlich leise rede, aber in der Aufnahme ist das anders. Einfach nur die TS-Dings. Jungs, ihr wisst das nicht. Ja, es kann nämlich sein, wenn ich die so niedrig stelle, dann hört man... Hast du vielleicht ich selber? Ja, das ist die Problematik. Weil ich benutze auch gerade nicht meine Soul-Candy-Kopfhörer, weil ich die... Ne. ...warte so alte Sennheiser von meinem Dad. Jungs, ich fahre leider nicht meine ganzen Pfeile, das sage ich auch. Wobei, ist eigentlich ganz gut, kann man sie zurückhalten. Ich... Made it for us with you. Ne, Made it for us be with you, oder? Könnt ihr zu meinen Status reinschauen? Was ist das da, was für ein aller Zeiten, weiß den Spruch nicht. Ja, was passiert? Was macht ihr da ja voll fast? The Force will be with you. Okay. Okay. Alter Jungs, ne? Nur bewegen ist aber auch nicht, das war ihr müsst. Ich hab keine Pfeile mehr. Ihr müsst schon, äh... Ah, handeln. Mit Handeln meinte ich nicht zurückschießen. Na, ne, hier ist was runtergefahren. Na, perfekt, alter. Bats. 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 Wir haben nicht einmal wirklich viele Materialien. Wir könnten jetzt zu grün rüber rushen. Wobei die sind ziemlich gut ausgerüstet. Und ich habe eh keinen Aim, also von daher... Wollen wir? Wollen wir? Ne, ich warte noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen Pfeile. Ich bin getroffen. Ich habe ihn einmal getroffen. Das ist schon so richtig krass. Die haben bestimmt kein Essen. Dann sind sie bestimmt nicht gleich. Hoffen. Die schießen zurück. Das wäre ich wahrscheinlich nicht, weil ich einfach runtergeballert. Danke. Ich hätte gerne einen Bogen. Äh, noch mehr Pfeile. Danke. Wollen wir gehen? Ich gehe jetzt. Wir sehen uns. Ich werde erstmal den Abschluss necken. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich frayse hier erstmal mein Gold. Ich habe keine Spitzhacke. Ich habe eine. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hasse diese Leute. Die haben einfach nichts drauf. Aber zu viel. Bist du, bist du, bist du, bist du. Ich bin hier noch drin. Oh, einer hat noch einen Bogen. Einer hat noch einen Bogen. Versuch den mit Bogen zu töten. Ja. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Oh, ich habe nur noch ein Herz. Ein Herz, Flo. Halbes. Oh, fuck. Die haben aber nichts drauf. Die haben nichts drauf. Ja. Grün wurde zerstört, okay. Da ist einer drüben. Okay, sehr schön. Ich komme schon nach hinten. Herz jetzt natürlich. Ich hoffe einfach, der, der gibt uns auch ein bisschen. Der, der macht uns jetzt sicher, weil wir haben ihm ja da. Ja, man. Oh, grün lebt sogar noch. Grün lebt noch. Ja. Du hast, ich packe mir jetzt das billigste Schwert und renne da rüber. Ich koche mir jetzt auch mal ein bisschen Rüstung. Und Blau geht auch den Bach runter. Warte, ist er grad. Werden alle noch ge- Werden alle noch ge- Mal gucken, vielleicht zu- AAH! Entscheiden wir die Runde ja doch noch für uns. Wäre auf jeden Fall ganz witzig, weil man hat halt nicht damit gerechnet, ne? Und wenn es dann doch so wäre, wäre er schon ganz, ich sag jetzt mal lustig. Wäre man halt einfach, äh, Skillbeweis. Obwohl, hier also schaut euch mal die anderen an. Eingebaut. Ich glaub, der will jetzt zu- Eingebaut. Äh. 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 Eingebaut. Eingebaut. Wie eingebaut? Wie? Was ist das? Waaah. Alter, durch diese Lags, ne? Ich krieg noch ne halben Herzenfragen. Das sind drei von den ganzen. Ne, der Lerner, ne? Ihr braucht seine Anlaufstelle. Äh, es sollte steilen? Wundermeister. Bähült. Einmal, שלmy. VerselRRRR 40 호. slippery. Äh, Bähült. Einmal, steht, um... Wir Pa icana, Stadtarmauer, land pulley ... die die in zweimal gestorben also ich habe ich und er kommt er kommt er kommt er kommt er schießt die Sperre das ist ganz dumm das ist das jetzt bei der auf ich habe mir einen Bogen geholt die nein er wird sich hier rein ich habe ihn runtergehauen ich habe ihn runtergehauen jetzt stolz auf mir stolz auf mir diese Eltern Aua was machst du was machst du ich werde geschossen dein Eisen jetzt zu blau geht doch zu rot fick doch erstmal rot ach so wenn ich blau gehe kann jetzt gewinnen also dann bin ich zufrieden bin ich ich habe mich glück 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 Vielleicht wird dann sogar eventuell ein Bluffduty, ja Black Ops 2, also das haben wir uns heute geholt, beziehungsweise sogar vor kurzer Zeit, das müssen wir aber noch runterladen. Wir laden uns, also es kommt entweder Multiplayer oder Zombie Moods oder beides, je nachdem wie es mit Aufnehmen aussieht, weil meine Festplatte kökelt schon eh, weil eventuell muss ich dann die externe von Sixer nehmen, oder ich render einfach, das ist aber eine beschissene Möglichkeit, weil, naja wer rendert denn schon gerne, wenn ich mir jedes Mal einen neuen Titel einfallen lassen muss, hier bei Minecraft wird es jetzt ganz einfach spontane Runde Minecraft, und dann Trendstrich Bad Wars. Ja und dann, ja kommt es in mein Playlist von spontan Runden, da ist schon ein Mal schon viel drin. Und ja. Wenn es dann einfach erste Runde Bad Wars, dann denkt sich, boah krass der ist bestimmt scheiße, und dann ganz, und Ende des Rundes, äh am Ende der Folge sage ich einfach, auf diesem Kanal. Ja. Hast du es abgebaut? Nein. Crazy Creep. Alter, diese Lags. Crazy Creeper. Jetzt heißt es nur noch Lila gegen. Übrigens, falls du dich, falls du dich fragst, wo ich bin, äh ich bin gerade bei Orange. Orange. Orange gibt es nicht mehr, Alter. Wo ist Orange? Ja. Auf der anderen Seite. Alter läuft bei dir? Würde ich mal meinen. Ich bin einmal außen rum gelaufen. Ich bräuchte einmal einen goldenen Apfel. Selbst den besten Bogen. Das war jetzt, das war jetzt wieder so typisch, äh Semiger. Äh, Krallzi erstmal. Wolltest du jetzt wieder Sleaks aus? Ne, ja, eigentlich schon, weil ich. Warte, was ist da, was ist da? Oh, diese scheiß Brasse, ich dachte schon, da sind Spieler. Was, was dachtest, äh, was war es denn eigentlich? Der Brasse. Wolltest langsam, versuchen zum Gold zu kommen. Wollt versucht immer noch weiter zu überleben, so wie wir letztens und dann haben wir es trotzdem gefickt, als einfach Mooks waren, also. Ich habe ja nichts gegen gewisse Spielmethoden, aber das, was die dann am Ende gemacht haben, die sind runtergeprungen, auf irgendwie nem Block. Alter, jetzt geht aber nochmal richtig ab. Am Versuch dazu überleben. Alter, mein Ping ist auch grad, äh, naja, zwei Striche in Minecraft. Irgendwann haben sie es eingesehen und sind da einfach runtergesprungen, also. Alter, mein Gott, bei mir leckt das, aber grad so übel, weil ich meine Connection grad so schlecht ist. Also, falls ich, genau, falls ich sterben sollte, schiebe ich es auf den Server, was jetzt fast passiert wäre. Kann meine Connection mal wieder besser werden? Ich weiß nicht, soll ich mir einen Teleporter holen, oder soll ich... Ich krieg einen Anfall, ich glaub ich brech mir die Hand, ich hab heute erst auf den Tisch gestanden, ne? Früher ist auch Spaß und das... mit ein bisschen zu viel Kraft... Ich hab mein Penis auf den Tisch gemerkt, ganz normal. Ich hab mein Penis auf den Tisch gemerkt, ganz normal. Das war Hand, genau wie so. Dann, dann, ich schaue, einmal dieses... Und da nur noch einer ist, kann das... Rettung schleifen, hoffe ich mir mal. Teleporter. Leck. Ah, Mann, tut grad weh. Ich dachte, sie hat schon gebrochen. Okay, ist auch tut sie. Alter, ey, Leute, das klappt ihr nicht, ne? Ich hab heute halt Reifen gewechselt vom Auto von meiner großen Schwester. Ja, und ich stelle mich so raus, will grad zu Anfang. Auf einmal kommt so eine scheiß Wespe und beißt mich einfach. Also nicht gestochen, sondern gebissen. So ein Mistvieh, Alter. Oh, hat es gebrannt, Alter. Die landet so auf mich, denke ich mir nur so. Ich denke mir nichts Böses, weil die tun das halt. Oh, auf einmal beißt mich das Mistvieh und ich denke mir nur so. Ne, 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 ne. Ich geh mal wieder auf Silberjagd. Hey, kommen die rüber? Ne, Alter, ich seh nur, ich steh mit einem Typen von Rot gegenüber. So eine Drecksfleet. Jetzt muss ich gucken, dass ich rot bin. Ja, red, weiter. Äh, ja, und ich seh einfach, aua, wie sowas passiert. Leck. Oh, Mann. Ich werd hier gefickt, weil's leckt. Maaann. Alter, du willst es gar nicht. Hier so ein Störbild vom Fernseher oder sowas ein. Wir haben kurze Technik, technische Störungen. Das wär aber der City mal geben, Alter. Irgendwie so drei, vier Sekunden lang einfach nur so richtig übersteuerten Balken. Ach, du Pussy. Regen ist was für Pussies. I'm a cat. I'm a pussycat. Team 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 Event. Person? Ein! Einige 토�onges disasters. Beide demanded. mein gott der gruppe der schießt alter wäre jetzt kein block gewesen wäre ich runtergefallen er hat mich richtig er hat mich eigentlich geboostet dankeschön alter nicht gegen die materie ach jetzt auf einmal dankeschön so und dann will ich noch 8 tränke sind total hallo und das ist traurig richtig brauche ich will ich nenne speedtrunk oder ich nehme regenerationspoten danke für den pfeil danke 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 ja gleich ist jemand in der wird da keine wege bauen was ich gehe jetzt noch mal mit dem teleporter zurück ich schenk rot gerade mal ein paar pfeile weil wir haben ja so viele ich habe einfach mal ein 64 gehabt und ich schieße ich habe dauerhaft gefeiert so gut kommt raus aus deiner deckung ich hätte mir vielleicht diese schuss kaufen sollen putzenketzen, putz 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 putzenketzen das gibt es nicht es gibt es doch gar nicht weißt du manchmal ist es gut dass die kein rückstoßschuhe an haben also so rückstoß Anti-Rückstoß-Schuh, sag ich jetzt mal, weil, äh, ne, das, da ist zu, okay, ich wollte schon sagen, äh, alter, mit Optifine zählen das immer so tief, halt, und wenn man hat, ist ein drauf, was, ich versuche jetzt zu Lila zu gehen, okay, pass auf auf dich, wir sind doch Lila, Lila, nicht das Gleiche. Naja, es sind die Telekom, ich weiß, dass ihr nicht das Gleiche zijn. Hallo, ich hätte gern, äh, noch mal Pfeile, weil, äh, ich bin Rich-Nigger. Ja, ich hab wieder ein paar Pfeile, ihr könnt wieder auf mich schießen, wenn ihr wollt, ich nehm die Pfeile und ihr kriegt wieder ein paar Pfeile von mir. Weißt du, wer gerade auf dem Weg zu und? Lila? Wow, 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 leg, leg, leg. Lila hat sich mit ne Enderperle gehört. Bottet ich weiß nicht wo ich hin bin der roten Faggot Lila ist übrigens bei uns jetzt ist vorbei Marvin ich glaube der kommt her ja und ich gehe zu ihm gut Lila Schnauze halten Achtung der Spawn wieder bei sich na Marvin ich bin raus ich bin raus sorry sorry Bist du schon tot ja mach jetzt ich weiß nicht wo der hingeht komm 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 Lila kann nichts machen weil Lila hat keine Spitzhacke der wollte es jetzt von Hand ab er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt Achtung 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 ich habe wieder bei sich ich verfolge den jetzt so ein bisschen wir können mal die Nachtsicht ausschalten wir können die Nachtsicht einschalten das hat es jetzt gebracht wir können mal den Flugmodus erhöhen dann können wir uns nicht sehr schnell hinterher fliegen wir können die Zuschauer verstecken wir können die Zuschauer anzeigen wir können die automatische Teleportation anschalten wir können den Zuschauermodus wechseln wir können den Zuschauermodus wechseln der total sinnlos ist weil das kein Zuschauermodus ist aber gut äh ich bin schon da hat da gerade jemand geschossen LOL wie ist ich weiß ich nicht warte ich komme nicht mehr raus Marvin ich habe ein Problem mal jetzt Marvin ja äh ich kann mich nicht ich kann nichts ändern ok äh ich guck mir die gerade mal an äh Soroy ach doch ich habe sie schon gesehen ich weiß wo sie sind pass auf oh der Typ springt die ganze Zeit beim Schießen weil er denkt er wäre gut ich würde gern aber auch wieder aus diesem Modus raus wäre ganz äh süß und ab zurück in die Base äh äh Achtung er hat ein Teleporter er hat ein Teleporter er hat sich grad äh äh wohin hat er sich teleportiert ich würde jetzt gern mal raus gehen so ich habe mich äh 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 danke Himmelhergott auch schon zirn hallo 3 3 3 3 3 neun das leck das leck das leck ha wo ist er denn jetzt wo ein Slickser Nimm doch den Drecks Trank, oder? Ey, das Spiel will ja mich arschen, oder? Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ich kann grad Keim hinterher schauen. Äh, wo bist denn du grad? Der nimmt den Drecks Stärketrank nicht. Ja, User, join your channel. Ja, Aufnahme. Nein, jetzt nicht. Egal, wer grad reingekommen ist, nein. Aufnahme. Richtig schlecht gerade. Ich, ich will ja. Komm jetzt, hol die scheiß Nigga, Alter. Ich werd die ganze Zeit einfach, wo ist er? Tja. Äh, sorry, hab mich verkriegt, ich wollte auf Musik-Bot drücken. Entschuldigung. Grüß, versprochen. Du brauchst keinen Musik-Bot rein. Nein, ich wollte auf den Channel über euch klicken, wo Musik-Bot steht. Oh. Tut mir leid. Nein, 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 nein. Nein, 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 Flo. Flo, 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 Flo. Nein! Bitte, bitte, äh, äh. Tu mir das jetzt nicht. Jaaaaaa. Okay. Ja. Hä, verloren? Ja genau, j- jetzt geht der Stärketrank! Pff, wir haben gewonnen! Jaaaa, ich hab gar nicht versteuert. Es tut mir so leid, Leute. Meine Hände sind so kalt. Ich könnte jetzt nicht noch eine Runde aufnehmen. Oh Gott, sie ist die f***er gerade, Alter. Alter. Wir haben sie gefickt, Alter. So spielen wir das Scheiß. Vor allem einfach, er baut sich rüber. Wo ist der? Vor allem das Beste ist, der stand bei mir verloren. Team Agenta hat gewonnen. Ich war ja nur in Team Agenta, aber okay. Leute, das war dann erst mal so eine spontane... Es waren ein paar spontane Ründchen Minecraft. Also eine spontane komplette Aufnahme, weil eigentlich hätte ich sonst nicht beendet. Und ja. Alec. Ich würde dann sagen, üss und Ex-Mal. Adrenalinpegel gerade bei Opern 1000. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal wiedersehen kann bei einer spontane Runde oder sogar, wenn es geht an, und ein Let's Play von Minecraft, obwohl das jeder macht. Aber was dürft ihr entscheiden? Und das damit würde ich sagen. Vielleicht machen wir sogar ein LPT. Ja, wer weiß, wer weiß. Also haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe mich gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020